So, neues Video von Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und jetzt wurde die ersten Male Influencer genannt, ich bin natürlich Mikro-Influencer, aber ja, ich freue mich, wenn ich Dinge influencen kann, hier über meinen Kanal und genau, heute influencen wir mal zur Affäre, ja, startet wieder der All-Time-Klassiker, die Selbstliebe-Challenge übrigens in diesen Tagen an diesem Wochenende und die Manifestation-Challenge, guckst du dir mal an, pack die Links mal hier drunter und wir hätten noch ein, zwei Plätze im Bootcamp in Hamburg und bei den Live-Meditationen, die es jetzt im Oktober gibt. Ja, findest du notfalls alles auf www.liebeschip.de. Okay, so, wenn du auch solche Mail schreiben willst, geht auch über Liebe Schip, die ist das eine von Roskowlev und, ähm, oder, nee, warte mal, nee, von Andy Trebschkula und genau, eine Dame und sie schreibt, hallo Christian, ich wollte dir endlich mal eine Mail schreiben, bin schon langjährige Zuschauerin deines Kanals, hab deine Bücher verschlungen und finde dich und deine Inhalte sehr toll, ja, vielen Dank. Ähm, das diesjährige Jahr war hart für mich, ich habe mich von meiner sehr für mich toxischen Freundschaft getrennt, das war bitter nötig, hat mich aber auch in meiner Selbstwirksamkeit gestärkt. Außerdem habe ich eine Affäre zu einem einiges älteren Mann begonnen. Ähm, also es wird ja immer so davon ausgegangen, dass ich so gegen Affären wäre, wäre, ich bin gegen heimliche Affären und gegen heimliche Dreieck und diesen ganzen toxischen Schmuh irgendwie, da bin ich dagegen, aber wenn jemand, wenn erwachsene Menschen eine Affäre vereinbaren, wer bin ich, das beurteilen zu wollen, was anderen gut tut, sicherlich sind Affären näher an so einem toxischen Scheiß irgendwie und ich sage ja immer wieder, man kann nicht einfach Sex mit jemand haben und es hat keine Konsequenzen, ne, Energien austauschen mit jemand und, äh, viele, ja, verlieben sich dann doch und dann leidet man, aber Ende des Tages ist das jetzt scheinbar nicht verboten, Affären zu haben und wie gesagt, wenn erwachsene Menschen sich dafür entscheiden, dann macht das, ne, jeder muss, ähm, jeder hat hier die Erde als Abenteuerspielplatz und dann, äh, muss man halt, ja, muss man halt schauen, ne, was, was man hier damit machen will, ne, äh, dieser stand lange in einem vorgesetzten Verhältnis zu mir, ja, ich hoffe, jetzt, wir reden hier von der Vergangenheit, da will ich natürlich ganz klar sagen, ähm, Vorgesetzte sollte man keine Affären mit anfangen, ähm, ähm, Untergebene vielleicht auch nicht, ähm, sagt ja auch, don't fuck the company, aber, klar, irgendwo muss man ja Leute kennenlernen und sicherlich, ich glaube, das kommt auf Platz zwei als Ort zum Kennenlernen kommt, glaube ich, die Arbeit, ja, aber Vorgesetzte ist sicherlich sehr kritisch. Ähm, dieser, äh, ich würde mich eher im Modul 4 einordnen, Modul 4 ist mein Bindungsangstmodul, welches ich auch gemacht habe, sprich, co-abhängige Bindungsängstler, ja, ich hab ja das Modul 4 ist für co-abhängige Bindungsängstler, und ich hab noch Modul 6 für so Hardcore-Bindungsängstler, äh, hatte auch lange mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen und anderen Sachen, besagte Mann, hatte erst heftiges Love-Booming betrieben, um mir damit zu teilen, dass er keine Beziehung wolle. Ja, ist natürlich immer so der übliche Quatsch, ähm, den wir hier immer hören, andererseits ist es natürlich auch, ich will ihm jetzt nix unterstellen, also Love-Booming ist natürlich auch so eine Sache, dass es häufig, kann sein, dass du auch wirklich so verliebt war am Anfang, und dann stellte halt fest, ich will doch eine nach der anderen, äh, hier durchnehmen irgendwie und hab keinen Bock auf Beziehungen, will hier auch mein, äh, mein, äh, Pizza- und Pommes-Beziehungsleben durchziehen und, äh, bloß nicht festlegen, vielleicht auch Bindungsthemen, der Typ, keine Ahnung, ähm, naja, und jetzt ist halt die Frage, ob du eine willst, ne? Er war bereits ein paar Mal verheiratet, hat seine Ehefrauen auch betrogen, also eigentlich eine Red Flag, ja, zumindest kein Boyfriend-Material, sag ich mal, ne? Äh, äh, da ich sowieso nicht so beziehungsinteressiert bin, dachte ich mir, okay, für Sex wird es vorreichen, ich mag ihn irgendwie schon, sehe ihn aber zunehmend kritischer. Ja, ich frage mich ja immer, also, aber dass jeder Mensch, glaube ich, verschieden, also, entweder man hat, weiß ich nicht, der Sex ist gut mit jemandem, dann will man doch auch mit dem befreundet sein, oder dann kommt man auch in Beziehungen, oder der Sex ist schlecht, warum trifft man sich dann öfter? Ich finde es immer, aber das ist jeder anders, es gibt Leute, die haben überhaupt kein Problem mit dem und ihr vielleicht auch nicht, und dann ist alles gut, ne? Er ist schon sehr von sich überzeugt, hat auf der anderen Seite aber Komplexe. Oft habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich uninteressant für ihn bin. Naja, interessant genug für Sex und nicht so interessant, dass er eine exklusive Beziehung mit dir will, auf jeden Fall, ne? Er redet gerne viel von sich, während ich mich in mein Schneckenhaus verkrieche. Am Anfang war ich schon etwas verknallt in ihm, hätte mir auch eine Beziehung vorstellen können. Dann habe ich länger an dieser komischen Kiste festgehalten, in der Hoffnung, er würde sich dennoch in mich verlieben, weil ich ja so cool und locker bin. Haha, ich tue nur so. Ja, das ist natürlich co-abhängiges Denken, weißt du ja, ne? Also dieses, wenn ich nur super cool bin, dann will ein Mann eine feste Beziehung mit mir, ne, ganz im Gegenteil, ich würde genau das Gegenteil hier machen, also wenn du das willst, jetzt willst du es ja scheinbar nicht mehr, würde ich sagen, hey, sorry, mich geht es nur in einer festen Beziehung und jetzt, wenn du es jetzt noch nicht weißt, dann wirst du es wohl nie wissen und dann lassen wir es lieber. Ganz gegenteilige Strategie ist viel besser, so, weil die demonstriert Selbstwert, Grenzen, Selbstliebe und das ist immer das Attraktivste. Die ehemaligen Kollegen durften natürlich nichts von uns erfahren, Geheimnis kam jetzt das Ganze auch noch. Ja, auch wenn es jetzt eine erwachsene Affäre ist, ist geheim immer... ...füttert so dieses toxische Element, ne? Aber das ist natürlich so spannend, geheim... ...und ja... ...und ich denke ständig darüber nach, wie ich jetzt beenden könnte, aber schaffe es irgendwie nicht. Fehlt eine Trainingskompetenz? Ja, schon, also... Aber da sehen wir ja mal wieder, dass eine Affäre dann doch Konsequenzen hat, ne? Jetzt hängst du drin und kommst nicht raus. Das ist genau, was ich meine, weil wenn das jetzt wirklich alles so cool und locker wäre, dann müsstest du zu jedem definierten Moment rausgehen können, so, ne? Gibt es zwar Beziehungen, gilt es im Grunde genommen auch, aber für Affären eigentlich noch mehr. Und jetzt hängst du halt drin, ne? Ich habe auch Sorge, dass er dann beleidigt wäre und mir meine berufliche Reputation versaut. Darum sollte man vielleicht, ich meine, es ist immer so schlau gesagt, wir alle machen falsche Wahlen, aber sollte man vielleicht nicht Menschen daten, bei denen sowas passieren könnte, aber es ist immer leicht gesagt. Habe ich schon nochmal beendet und dann kam er wieder an und habe mich um den Finger gewickelt. Naja, also ich würde jetzt nicht mit jemandem zusammenbleiben, nur weil du Angst davor hast, was passiert, wenn du nicht mehr mit ihm zusammen bist. Weil das, was ist das für ein, für ein Grund? Also ich kann den Grund verstehen, nur der macht dich nicht größer, der macht dich kleiner, so, ne? Und wirst du das schon schaffen. Also willst du jetzt deswegen mit ihm zusammenbleiben, nur, weiß ich nicht, aus äußeren Gründen irgendwie? Aber ich verstehe dich schon. Mittlerweile bin ich auch so, dass ich denke, okay, mein sexueller Marktwert ist sein, um einiges überlegen. Ist das gemein? Findest du es? Ist es so, ne? Bin halt deutlich jünger und wir haben ja nie über Exklusivität gesprochen. In einer Affäre will ich aber auch keine Exklusivität. Und ich finde, wenn er keine Beziehung will, gleich, er will andere Frauen treffen, dann darf ich wohl auch andere Männer treffen. Absolut. Also habe ich mich auf einer Online-Dating-Plattform angemeldet und direkt jede Menge Dates vereinbart. Also, stimmt natürlich. Ich würde es, glaube ich, ich glaube, du fragst das auch später, ich würde es, glaube ich, trotzdem sagen, dass du andere Dates. Klar darfst du das, wenn er das auch macht, aber kann sein, dass er komische Vorstellungen hat, dass er das darf und du es nicht darfst. Also nicht, dass du es deswegen nicht machen sollst, natürlich machst du es, aber dann würdest du das rauskriegen, dass das so ist. Was sicherlich noch weirder wäre und ich würde das schon sagen, so, ne? Also er mutet dir das ja auch zu, du kannst ihm das ja auch zumuten. Und weil das führt wieder zu weniger Geheimnissen und weniger Geheimnisse bringen immer Beziehungen voran, eigentlich, ne? Kann man so sagen. Grundsätzlich haben wir eigentlich noch gar nicht so viel drüber gesprochen, ja. Und, ja, also ich meine, es gibt natürlich immer nicht so viel Standards auf Dating-Plattformen, aber ich meine, wenn jemand so ernsthaft eine Beziehung mit dir will, dann müsstest du vielleicht auch sagen, boah, ich stecke noch irgendwas drin und nur, dass es mal klar ist, wo ich jetzt hier so stehe, ich suche gerade nichts Festes, ich stecke selber noch irgendwas drin. Also das müsstest du dann auch kommunizieren, wenn du deine, was ich immer empfehle, eigene Spielfläche sauber halten willst, ne? Auf der anderen Seite finde ich deine 5G-Ansichten, ich meine, man ist wahrscheinlich 5D-Ansichten bezüglich Liebe und Beziehung auch toll. Ich bin jetzt im Zwiespalt, ob ich Ihnen mitteilen soll, dass ich andere Männer treffe. Ja, ich finde schon, du hast jetzt keinerlei Verpflichtung, musst, also, aber ich würde es machen, einfach, um auch eigene Spielfläche sauber zu halten. Und, äh, wobei sich das eigentlich schon ergibt, wenn er das, gleiches Recht für alle, sage ich immer, aber ich würde es trotzdem sagen, glaube ich, ja. Am Ende denkt er lediglich, dass ich ihn eifersüchtig machen will. Pfff, nee, das ist ja, wie du das sagst, wenn du das so total eiskalt sagst, äh, so casual. Das ist ja sein Problem, wenn er denkt, du willst ihn eifersüchtig machen, wenn du es nicht willst. Also, ich selber rede mir ein, dass ich jetzt ja mit ihm beenden würde, wenn ich ein geeignetes Fluchtfahrzeug gefunden hätte. Ja, es ist ja immer schön, wenn ihr so ehrlich seid, aber mal ganz ehrlich, das ist kein Grund. Also, dann willst du eigentlich, dann ist es ja eigentlich, also, gerade aus 5D-Sicht ist es dann konsequent, dich von ihm zu trennen. Wenn du nur, solange du mit ihm zusammenbleibst, bist du jemand anderen hast. Das ist kein 5D-Grund irgendwie, ne, das ist 3D. Und, ähm, ja, ich meine, darfst du machen, er macht das ja auch, aber das ist eigentlich kein Grund, ne. Also, da bist du dann doch nicht cool mit der Situation und brauchst sozusagen eine neue Droge, um die alte Droge abzulösen. Das wäre jetzt nicht so 5D, ne. Ähm, oh je, ich würde schon sagen, keine Dreiecke, na, es ist jetzt nicht so das klassische Dreiecksding, weil es ja nicht diese Heimlichkeit hat. Also, ihr seid einfach zwei Singles, die kein Commitment haben, so, ne. Und, ähm, ich finde es so für die Heilungsphase des Liebeschips nicht so gut, sowas zu machen, aber das ist halt einfach nur psychologische Aspekte, keine moralischen oder so. Ähm, letztlich musst du es wissen, aber ich finde, eigentlich willst du ja keine Affäre, oder, also, wäre die Frage, willst du, was willst du eigentlich, willst du eine Beziehung? Dann würde ich keine Affären füllen, willst du so ein Affärenleben haben, dann kannst du es weitermachen, ne. Dann würde ich aber auch das kommunizieren, so, gegebenenfalls. Vielleicht sollte ich jetzt mit der Affäre erst beenden, bevor ich mich ins Datingleben stürze. Wäre vielleicht auch eine gute Idee, ja. Wobei ich Casual Dating sonst immer vermieden habe. Also, ja, wie gesagt, ich, weiß ich nicht, bin nicht das Bundesmoralministerium, also, ich finde das völlig verständlich und in Ordnung, wenn es Lebensphasen gibt, wo man Casual Dating machen möchte, das ist total in Ordnung. Es gilt immer das Gleiche, man sollte wissen, was man tut, man sollte Selbstverhandlungen übernehmen und man sollte andere nicht zu sehr darüber im Unklaren lassen, ne, was man da gerade vorhat. Jo, gut. Ja, alles klar, soweit. Ich war gestern übrigens in Dune, war ein ganz anderes Thema, also jetzt keine Werbung, aber ich muss einfach sagen, es war echt der geilste Film, den ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Hat mich total gefesselt, total gefesselt, ich kannte das Buch noch gar nicht. Sehr, sehr cool. Gut. In diesem Sinne, ähm, sehen wir uns vielleicht am Samstagabend um 18 Uhr auf einem YouTube-Legend. Das ist sicher, dass du auf dann nicht�� bist, wirst du auf euch denke nicht. Jetzt aber zure Lessons-Toxx-Toxx-Toxx-Toxx-tzx-Toxx-Toxx-Toxx-Toxx-Toxx-Toxx-Toxx-Toxx-Toxx-Toxx-toxx-harg Playtit Zum Schärten,